Hallo und herzlich willkommen hier eine neue Folge Blind Tech bei Chico. Mein Name ist Jessie und heute geht es um die Farberkennungsgeräte bzw. generell um Farberkennung. In diesem Video teste ich jeweils die Farberkennung vom Farme Vista Gerät, das ich von der Firma Blindenhilfsmittel Versand Granzusch bereitgestellt bekommen habe. Zusammen mit dem Colorino, das ich mir selbst gekauft habe, habe ich letzte Woche vorgestellt und natürlich auch die App Seeing AI. Es wird immer wieder gesagt, dass die Apps genauso gut sind wie die Farberkennungsgeräte. Ich habe mir jetzt zwar vorgenommen, noch ein extra Video zu machen, in dem ich auf meine Fazit eingehe mit Begründung und so weiter und das hier ein reines Video wird über die Farbvergleiche, aber vorneweg, die Apps kommen hier keinesfalls mit, gar nicht. Warum und weshalb, schaut es euch selbst an. Wie gesagt, aufgrund der Länge habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das in zwei Videos aufzuteilen. Einmal hier die Resultate der Messungen oder einige Resultate der Messungen und zum anderen wird es ein weiteres Video geben, in dem ich genauer auf mein Fazit eingehe, auf die Begründung, warum und weshalb ich dieses Gerät besser finde als andere und warum die App da auf gar keinen Fall mitkommt. Mehr dazu gibt es nach dem Intro. Wir starten mit 0,20 Goldgelb. Als erstes das Farme. Leuchtendes Hell Orange. Als nächstes Colorino. Intensiv Orange. Und dann Seeing AI. Als nächstes kommt Strohgelb. Wieder zuerst das Farme. Kräftiges Hellgelb Richtung Orange. Nächstes Colorino. Helles Gelb. Als nächstes Seeing AI. Als nächstes kommen dann Postgelb. Kräftiges Hellkakigelb. Helles Gelb. Helles Gelb. Wieder in der Reihenfolge erst Farme, dann Colorino. Jetzt Seeing AI. Sorscht Oroze. Ja, als nächstes kommen dann Schellgelb. Kräftiges Hellgelb. Kräftiges Hellgelb. Das war wieder zuerst das Farme. Als nächstes kommt das Colorino. Helles Gelb. Und Seeing AI. Als nächstes Schwefelgelb. Wir starten wieder mit Farme. Leuchtendes, sehr helles Gelb. Als nächstes Colorino. Colorino hat hier. Colorino misst das nicht. Ich gucke noch mal kurz. Dunkel, rot, braun. Also das Colorino funktioniert, aber es gibt mir hier keine Farbe. Piept nur. Farbe, sorscht gelb. Seeing AI hat diesmal gelb. So, wir haben 026 Purpurrot. Kräftiges Dunkelrot Richtung Rot-Violett. Das war Farme. Colorino kommt jetzt. Dunkel, rot, braun. Und als nächstes Seeing AI. Farbe, sorscht rot. Jetzt haben wir wieder ein Dunkelrot. Zuerst das Farme. Kräftiges Dunkelrot. Und dann nächstes Colorino. Intensiv, braun. Als nächstes Seeing AI. Farbe, sorscht rot. So, als nächstes dann Mittelrot. Wieder zuerst das Farme. Kräftiges Mittelrot. Als nächstes Colorino. Intensiv, rot. Als nächstes Seeing AI. Farbe, sorscht rot. Wir haben 047, orange, rot. Wir starten mit Farme. Kräftiges Mittelrot. Colorino als nächstes. Rot. Okay. Seeing AI. Farbe, sorscht rot. So, als nächstes Maß, rot. Kräftiges Mittelrot. Mittelrot. Das war wieder das Farme. Helles Rot. Colorino. Farbe, sorscht rot. Als nächstes die 333, rein orange. Als erstes Farme. Kräftiges Mittelorange. Richtung Rot. Colorino. Intensiv, orange. Seeing AI. Kanal. Farbe, sorscht rot. Als nächstes die 034, orange. Kräftiges Mittelrot, orange. Richtung orange. Das war Farme. Als nächstes Colorino. Intensiv, orange. Und Seeing AI. Farbe, sorscht rot. So, als nächstes Tiefenorange. Kräftiges Mittelorange. Richtung Rot. Das war Farme. Als nächstes Colorino. Orange. Und... Rot. Dann haben wir 340, marone. Kräftiges, sehr dunkles Rot-Violett. Richtung Rot. Mit Farme. Als nächstes Colorino. Dunkel, rot. Als nächstes Seeing AI. Farbe, sorscht braun. Als nächstes 040, violett. Farme. Kräftiges, dunkel, violett. Farbe, sorscht, violett. Colorino. Intensiv, lila. Seeing AI. Farbe, sorscht violett. Als nächstes 403, hellviolett. Das Gerät Farme. Kräftiges, dunkel, blau, violett. Richtung violett. Colorino. Intensiv, lila. Seeing AI. Farbe, sorscht violett. Szene, vorschau. Dann haben wir 043, lavendel. Farme. Kräftiges, mittel, violett. Richtung blau, violett. Colorino. Lela. Seeing AI. Farbe, sorscht violett. Brau. So, dann haben wir als nächstes 041, pink mit Farme. Kräftiges, dunkel, rot, violett. Dann haben wir Colorino. Intensiv, rosa. Und Seeing AI. Farbe, sorscht, rot. So, wir haben 045, hellrosa, soft pink. Kräftiges, mittel, pink. Das war Farme. Als nächstes wieder Colorino. Helle, rosa. Hat sich jetzt ein bisschen schwer getan. Farbe, sorscht, rot. Als nächstes haben wir Heidelbeer-Blau. Kräftiges, sehr dunkles, blau, violett. Richtung blau. Das Colorino. Dunkel, blau. Seeing AI. Kanal, Farbe, sorscht, violett. So, als nächstes haben wir Dunkelblau. Wieder zuerst das Farme. Kräftiges, dunkel, blau. Colorino. Dunkel, blau. Und Seeing AI. Farbe, sorscht, blau. Dann haben wir Mittelblau. Wieder zuerst das Farme. Kräftiges, dunkel, blau. Richtung blau, violett. Colorino. Intensiv, blau. Seeing AI. Farbe, sorscht, blau. Es kommt jetzt wieder als erstes das Farme. Bei 0,52, azurblau. Kräftiges, mittelblau. Das Colorino. Helle, blau. Seeing AI. Farbe, sorscht, blau. So, jetzt gibt es das 594, pastell, blau. Wieder zuerst das Farme. Kräftiges, mittel, blau. Als nächstes das Colorino. Kondel, blau. Und Seeing AI. Farbe, sorscht, blau. So, als nächstes gibt es das 549, tauben, blau. Farme, gemessen. Blasses, mittel, grau, blau. Und anschließend wieder das Seeing AI. Farbe, sorscht, blau, grün. Jetzt haben wir die 0,60, dunkelgrün. Kräftiges, dunkelgrün. Das war mit Farme gemessen. Als nächstes Colorino. Dunkelgrün. Als nächstes Seeing AI. Farbe, sorscht, grün. Dann haben wir die 0,78, laubgrün mit Farme gemessen. Kräftiges, dunkelgrün. Mit Colorino. Dunkelgrün. Mit Seeing AI. Farbe, sorscht, grün. Dann haben wir türkisgrün, 607, gemessen mit Farme. Kräftiges, dunkelgrün. Kräftiges, dunkelgrün. Als nächstes mit Colorino. Grün. Anschließend wieder das Seeing AI. Farbe, sorscht, grün. Als nächstes mit Farme gemessen. 0,61, grün. Kräftiges, dunkelgrün. Das Colorino. Intensiv, grün. Und Seeing AI. Farbe, sorscht, grün. So, als nächstes haben wir 0,64, gelbgrün. Zuerst mit Farme. Kräftiges, mittelgrün. Dann mit Colorino. Intensiv, grün. Und anschließend mit Seeing AI. Farbe, sorscht, grün. Dann haben wir noch Lindgrün 0,63. mit Farme zuerst gemessen. Kräftiges, mittelgrün. Richtung, gelbgrün. Anschließend Colorino. Helles, grün. Und Seeing AI. Farbe, sorscht, grün. Dann haben wir die 0,80, braun mit Farme. Blasches, sehr dunkles, braun. Colorino. Dunkel, braun. Seeing AI. Szene, kanal. Farbe, sorscht, braun. Rotbraun. Mit Farme. Dunkel, rot, braun. Colorino. Dunkel, rot. Und Seeing AI. Farbe, sorscht, braun. Dann haben wir die Haselnuss, braun 0,83 mit Farme gemessen. Kräftiges, mittelorange. Okay. Colorino. Intensiv, ocker. Das kommt eher hin. Und Seeing AI. Sorscht, braun. Dann haben wir die 0,81 hellbraun. Blasches, mittelbraun. Mit Farme. Colorino. Blasches, braun. Und Seeing AI. Farbe, sorscht, braun. Hellcreme, 8,13. Blasches, hellbraun, rosa. Mit Farme. Jetzt Colorino. Blasches, bisch. Und Seeing AI. Farbe, sorscht, braun. Dann haben wir die 0,70 schwarz. Farme. Schwarz. Colorino. Schwarz. Zurück einstellbar. Seeing AI. Farbe, sorscht, schwarz. Szene. Dann haben wir die 0,74 mittelgrau. Farme. Mittelgrau. Colorino. Grau. Seeing AI. Farbe, sorscht, grau. Grau. Braun, sszene, vorschau. Und die 0,72 hellgrau Farme. Hellgrau. Hellgrau. Colorino. Blasches, grau. Seeing AI. Farbe, sorscht, braun, grün. Was? Braun, grün und braun. Braun, grün. Okay. Szene, vorschau. 0,10 weiß. Farme. Weiß. Colorino. Weiß. Seeing AI. Farbe, sorscht, grau. Okay. Braun, grün. Szene, vorschau. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier gibt es mehr Videos. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Eure Jessie.